Weihrauch, so kennt ihn jeder, den heiligen Kirchenqualm. Doch der christliche Schwenkstoff kann offenbar mehr, wie das Beispiel von Gerd Schneider zeigt. Es gab Tage, da hätte der leidenschaftliche Schütze nicht geglaubt, dass er je wieder einen Bogen spannen könnte. Nach einem Bandscheibenvorfall wurde er mehrfach operiert. Er kam anschließend in die Reha, doch was blieb, waren die höllischen Rückenschmerzen. Mit den Schmerzen war echt schlimm. Also man muss sich das vorstellen, Zahnschmerzen hoch 10. Also wirklich, sie glauben, da im Rücken, der zerreißt irgendwas. Gerd Schneider nahm so hoch dosierte Schmerzmittel, dass er sich den ganzen Tag wie benebelt fühlte und sein Magen bereits rebellierte. Dann empfahl ihm eine Freundin Weihrauchtabletten, was der Kraftfahrzeugmeister zunächst etwas albern fand. Ich habe als erstes an Weihrauch gedacht, Kirche, klar, den Klöppel, was sie da schwenken mit der Rauchkugel. Und ja, habe gedacht, nee, ich esse doch keine Asche. Doch Gerd Schneider lässt sich auf die Weihrauchkapseln ein. Und dann ist er selbst erstaunt. Bei mir hat es 14 Tage gedauert. Also war in den 14 Tagen sehr reizbar. Und ja, reizbar. Launisch, launisch, ganz launisch, ja. Aber nach 14 Tagen habe ich dann gemerkt, dass ich also wirklich fast schmerzfrei bin. Tatsächlich enthalten die Kapseln, die Gerd Schneider geholfen haben, den gleichen Stoff wie das Harz, das in der Kirche benutzt wird. Dieses sogenannte Olibanum stammt aus der Rinde des Boswellia-Baumes. Er wächst zum Beispiel in Afrika, Indien und Ägypten. Die Wissenschaftlerin Mona Tawab aus Eschborn beschäftigt sich schon seit Jahren mit der medizinischen Wirkung des Weihrauchs. Und sie sagt, Boswellia kann tatsächlich für viele Menschen mit chronischen Krankheiten eine große Hilfe sein. Weihrauch hilft als ergänzende Therapie bei chronischen Entzündungserkrankungen wie Magendarmerkrankungen, Gelenkentzündungen und auch bei Asthma. Es ist aber äußerste Vorsicht geboten, welches Präparat man sich kauft. Denn viele Präparate enthalten auch Weihrauch-Extrakte, die gar nicht so wirksam sind. Und insofern empfehle ich wirklich, sich Weihrauch von der Apotheke zu besorgen. Gerd Schneider hofft, dass seine furchtbaren Rückenschmerzen nie mehr wiederkommen. Das Weihrauchpräparat, das er zunächst privat gekauft hat, übernimmt inzwischen übrigens zumindest teilweise die Krankenkasse.